Die heutige Sitzung hat mit einem Gelöbnis eines neuen Abgeordneten begonnen. Und ich denke, dass das ein sehr, sehr schöner, dass das ein sehr, sehr erhebender Akt für uns alle ist. Und ich denke, dass wir auch alle, wie wir hier sitzen, diese Gelegenheit dafür benutzen sollten, kurz darüber nachzudenken, was denn der Inhalt und was denn der Sinn und was denn die Bedeutung dieses Gelöbnis ist. Es ist einfach deshalb, weil es ja viel, viel mehr ist als eine hohle Phrase, als eine leere Formel, weil es ja eigentlich dasjenige sein soll, was unsere Arbeit hier herinnen in diesem Hohen Haus beseelt. Und was wurde hier heute gelobt? Es wurde gelobt, erstens die Treue zur Republik Österreich. Die Treue zur Republik Österreich. Und ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass diese Republik Österreich etwas anderes ist, als der tiefe Staat der türkisen Volkspartei. Das ist nicht nur etwas anderes, sondern man muss sogar noch einen Schritt weitergehen. Es ist diese Republik Österreich, die sich in Gestalt ihrer Ermittlungsbehörden wehrt gegen diesen türkisen Staat. Und das und nichts anderes ist der Grund dafür, warum der eine oder andere prominente Repräsentant einer ehemals staatstragenden Partei ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten ist. Zweitens, es wurde gelobt, Beobachtung der Gesetze. Beobachtung der Gesetze heißt nicht, dass man aus möglichst großer Distanz, vielleicht mit einem Fernglas oder einem Fernrohr, auf diese Gesetze hinblickt, wie auf ein fremdes, ein exotisches, vielleicht sogar ein gefährliches Wesen, sondern Beobachtung der Gesetze bedeutet, dass man sie auf Punkt und Beistrich einzuhalten hat, so wie das für alle anderen Staatsbürger im Übrigen auch gilt, zum Beispiel, wenn man irgendwo eine Zeugenaussage macht. Und drittens wurde gelobt, gewissenhafte Pflichterfüllung. Und gewissenhafte Pflichterfüllung bezieht sich nicht auf den Ehrenkodex seiner türkisen Cosa Nostra, sondern das bedeutet viel, viel mehr die Abkehr davon. Pflichterfüllung bedeutet, wenn man es ernst nimmt, als Vertreter dieses Hauses Pflichterfüllung gegenüber der Republik und damit die Abkehr von einem Ehrenkodex unter Anführungszeichen. Das alles wurde gelobt. Und inwieweit jeder und jede von uns hier herinnen dieses Gelöbnis mit Leben erfüllt und dann auch glaubwürdig ist und das alles verinnerlicht hat, das werden am Ende die Wählerinnen und Wähler vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse zu entscheiden haben. Ich möchte nur ein Wort aus aktuellem Anlass aussprechen. Es ist heute so, dass nicht jede Abwesenheit, die nach drei Tagen endet, auch gleich eine Auferstehung ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe hier heute und man muss der Redaktion wirklich gratulieren. Ich habe hier heute das Profil mitgebracht. Es ist, glaube ich, diese Nummer 41 vom 10. Oktober dieses Jahres. Das ist ein Stück, wie soll man denn sagen, österreichische Zeitgeschichte. Zum einen die Titelseite ist bekannt, das ist die Kurzfassung all dessen, was passiert ist. Da muss man nicht mehr darauf eingehen. Ich glaube, viel interessanter ist hier die Rückseite, weil uns das in die Budgetdebatte hineinführt und weil wir damit sozusagen ein Korpus Delicti vorliegen haben, weil wir hier illustriert haben, was das Problem ist, worüber wir hier heute und seit einer Woche in diesem Land diskutieren. Dass nämlich Steuergeld aus dem Finanzministerium, von Ihnen, Herr Finanzminister Blümel, dafür verwendet wird, um die eigene Bevölkerung zu manipulieren und fehl zu informieren. Da steht nämlich drauf, da steht nämlich drauf, jetzt kommt Österreichs große Steuerreform. Jetzt. Das ist schon ein paar Tage alt und wir wissen und wir haben ja auch genau zugehört in den Debattenbeiträgen bisher, die kommt nicht jetzt, sondern die kommt bestenfalls am 1. Juli des kommenden Jahres. Und diese Inserate sind nicht nur hier durchgeschalten worden, sondern in vielen, vielen Zeitungen. Es ist wieder Steuergeld hinausgeworfen worden und ich mache dem Profil jetzt nicht den Vorwurf, der bei anderen Medien im Raum steht, dass man dafür, dass man solche Inserate in eine Zeitung bringt, dann in anderen Medien mitbestimmen konnte, was da drinnen geschrieben wurde. Dem Profil kann man diesen Vorwurf nicht machen. Andere Medien haben da einen gewissen Erklärungsbedarf. Und jetzt sind wir in der guten Situation und deswegen ist das ein Stück Zeitgeschichte, weil wenn man es dann nämlich auseinander nimmt und wenn man es von links nach rechts liest, dann hat man sozusagen eine Zusammenfassung dessen, was seit 2016 im Grunde genommen passiert ist und des Ergebnisses davon. Und deshalb ist diese Nummer 41 vom 10. Oktober 2021 aus meiner Sicht ein Stück österreichische Zeitgeschichte. Nun, meine Damen und Herren, wir haben das Budget 2022 bereits in den letzten Tagen als größte Mogelpackung der Zweiten Republik bezeichnet. Einfach, weil es das ist. Und ich kann es auch in einem anderen Begriff formulieren, der von vielen, vielen Kritikern, auch der Freiheitlichen Partei, immer wieder in die politische Debatte hineingebracht wird. In Wahrheit ist es ein Schwurbelbudget. Es ist ein Schwurbelbudget, weil nämlich ihre Erzählungen von der Entlastung auf der einen Seite und von irgendwelchen ökologischen Lenkungseffekten auf der anderen Seite bar jeder Evidenz sind. Und etwas, was bar der Evidenz ist, das nennt man ja im Allgemeinen in Zeiten wie diesen Geschwurble. Schauen wir einmal genauer hin. Schauen wir einmal genauer hin. Was ist denn zum Beispiel mit der sozialen Gerechtigkeit? Wie ist das jetzt wirklich mit den kleinen Leuten? Wie ist das jetzt wirklich mit den Menschen, die dieses Land aufgebaut haben, dieses Land zu Wohlstand geführt haben, dieses Land, das jetzt durch Skandale einem nach dem anderen und durch eine aus meiner Sicht vollkommen überzogene Corona-Maßnahmen-Politik in den Ruin getrieben wird? Wie ist das wirklich mit der sozialen Gerechtigkeit? Und nehmen wir zum Beispiel eine Mindestpensionistin her und nehmen wir auf der anderen Seite einen Großverdiener her und vergleichen wir die beiden Dinge. Zuerst der Großverdiener. Ein fiktives Beispiel in diesem Fall schreibt man fiktiv mit Vogel V wie Volkspartei. Stefan S. Stefan S. ist ein selbstständiger Strategieberater einer angeblich staatstragenden Partei, deren Gründerväter gegenwärtig im Grab rotieren. Er hat einen Beratervertrag von über 33.000 Euro brutto im Monat. Er lebt in Wien und hat drei Kinder. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie er von dieser Steuerreform profitiert, dann merken wir, durch die Senkung der Eingangssteuersätze bekommt er pro Jahr 1.230 Euro mehr, durch den Kinderbonus 1.500 Euro und durch den Klimabonus gibt es noch einmal 250 Euro obendrauf. Das macht alles zusammen eine Entlastung oder einen Gewinn für diesen Herrn Stefan S. von 3.000 Euro mehr im Jahr. Ein sattes Plus, möchte ich sagen, für jemand, von dem ich sagen würde, nach meinem politischen Empfinden, dass er das gar nicht braucht.